Hallo und willkommen zurück zu schönen Jahres Let's Plays und Hearthstone Heroes of Forcraft. Wir sind in den Gräbern des Grauen unterwegs, haben alle vier Akte fertig und sind in Akt 5. Akt 5 ist der letzte Plagenfirst, direkt ohne Zwischenkämpfe und Schätze sammeln. Dafür kämpft man theoretisch mit allen vier Helden und hat alle Schätze bei den jeweiligen Helden freigeschaltet, sofern man sie freigeschaltet hat. Da ich wirklich nur mit Reno gespielt habe, habe ich natürlich nur Reno. Also ich kann wahrscheinlich, wenn der Reno stirbt, die anderen auch noch benutzen, aber ich habe halt nur mit Reno was freigeschaltet. Deswegen habe ich jetzt auch mit Reno gestartet. Ja, wir sind schon in der zweiten Phase und haben den Gegner schon zur Hälfte runter, deswegen hatte ich gerade den Cut gemacht. Die neue Heldenfähigkeit ist, dass er einen feindlichen Diener von mir ausfällt und wenn der in seinem Zug noch lebt, dann hübt er allen Charakteren vom Schaden zu. Und weil das ziemlich doof ist, opfere ich den natürlich. Ich muss mehr haben, gleich viel ist auch gut. So ist wenigstens die Elite-Karte weg, weil die hat er eben schon wieder auf die Hand bekommen. So, dann würde ich sagen, machen wir doch mal so und ich habe nur 14 Karten. Oh, nett. Ich habe nur vier Mana, die befreundete Dienerstört, kerbt ihr auf die Hand zurück. Das ist schon mal nett und die möchte ich mir gleich wieder rein. Von schön ist, dass ich so... Mein Schild für uns... Ah, schade. Aber egal. So, was kommt dann? Ein 5-5-er, Mist. Den kriege ich nicht tot. Oh nein. Jetzt kommt auch noch ein Arbeitsanruf rein. Da gehe ich jetzt nicht mehr ran. Es ist Feierabend. Ich habe meine neun Stunden gearbeitet. So, vier Schaden muss ich machen. Wenn ich den opfere, dann kriege ich nicht das 8-8-Skelett. Das wäre schade drum. Dann würde ich sagen, mache ich doch mit dem hier an. So, jetzt hat er noch ein 5-5-er. Der würde eh sterben für die nächste Runde, wenn der Effekt eintritt. Und das tritt ein, wenn er bis zum nächsten Zug überlebt. Okay, das heißt, er würde in seinem Zug sterben und dadurch würde ich auch das Skelett kriegen. Okay. Das Einzige, was ich machen könnte, ist mit dem jetzt irgendwie angreifen und ihn mit einem Feuerball oder so selber opfern. Hätte den Vorteil, dass ich meine Diener behalten würde. Okay. Damit mache ich 10 Schaden. Das war trotzdem ärgerlich, aber naja. So, wir sind am nächsten Cap. Gleich kriegt er seine neue Heldenfähigkeit. Uh, er hat noch Mana. War ja klar, dass er den nimmt. Was kommt denn daraus, wenn ich den töte? Okay, aber ich könnte ihn wieder töten mit einer Karte. Die Frage ist, gucke ich mir lieber erstmal an, was er von neuen Helden kriegen würde. Er darf mal wieder vier Karten ziehen. Das ist voll doof immer. Nachdem mein Diener eine Karte ausgespielt hat, erleidet er Schaden, die ihren Kosten entsprechen. Na toll, also kann ich das jetzt hier gar nicht mehr spielen. Ah, das ist sehr doof. Aber jeder Spieler, also er selbst auch. Und die kostet zum Glück nicht viel und macht mittlerweile richtig gut Damage. Aber ich kann nicht den Kombo-Effekt und ich brauche den Kombo-Effekt, weil sonst bin ich bald Mana, äh, Karten tot. So. Vier. Ich könnte mit dem den angreifen. Ne, warte, ich habe das auch noch. Und ich könnte den zaubern... Ah, das wäre aber eigentlich doof. Aber egal, ich mache es trotzdem. Jeder... Uh, aber dadurch habe ich wenigstens nicht seinen Kombo-Effekt bekommen. Aber die kosten für das Ding. So, und der hat nur beim Kampfschrei, okay. Wenn Meiner stirbt, geht einer auf die Hand. Ich kann auch vier, fünf, sechs Schaden machen. Oder ich mache so... Ach ne, dann kriege ich den rechts nicht tot. Ne, ich muss ihn selber töten. Shit, jetzt hat er den wieder gekriegt auf die Hand. Das wollte ich jetzt aber eigentlich nicht. Ihr wurdet Zeuge der Macht. Nein, für zehn Mana. Okay, aber jetzt hat er... Von warum kriegt der die, bitteschön? Das ist jetzt natürlich scheiße. Jetzt kriege ich 39 Schaden allein schon nächste Runde. Das nützt mir alles nichts. Okay, das da ist eigentlich blöd. Der muss weg. Ich kann sechs, sieben, acht, neun, zehn Schaden vielleicht machen. Wenn ich das mache, kriege ich zehn Schaden. Aber ich hätte halt eine Chance, dass ich irgendwie überlebe. Aber es ist halt alles zufällig. Ich könnte mir ja voll in den Arsch treten dabei. Ich könnte auch zwölf Schaden so machen und eine Karte verschwenden. Was halt auch schade wäre. Niemand hat je solche Macht gespürt. Aber wenn ich es nicht mache, sterbe ich halt trotzdem. Den könnte ich töten und denen. Ist 13 Schaden weniger, dann würde ich nächste Runde noch überleben. Hab aber wahrscheinlich dann schon zu wenig Leben, um dann überhaupt noch das hier zu machen. Fügt einfeindlichen Diener in drei Schaden zu, nachdem ein Diener euren Helden. Aber die haben alle viel zu viel Leben, das heißt, die würden noch nicht sterben. Ich muss sowas machen hier. Die Frage ist nur, ob ich Warte mit Angreifen, falls meine Kreaturen zerstört werden und ich so noch Damage machen kann. Oder ob ich nicht Warte mit Angreifen, was den Effekt hätte, dass ich eine Verstärkung noch kriege. Und dann Angreifer. Das ist halt alles Russisch Roulette. Plus zehn Schaden Schaden. Zehn Schaden Schaden. Okay, also sechs, sieben, acht. Ich könnte den töten. Dann hätte ich keine Kreatur mehr. Ah, scheiße, ich weiß es nicht. An sich muss der da sterben. Der ist eigentlich die größte Witterung, weil der das ständig neu gekriegt. Ich habe eh keine Karten mehr. Aber ich habe ja eigentlich noch drei Helden. So, die Frage ist, da ich noch drei Helden habe, mache ich einfach so viel Schaden wie möglich? Niemand hat je solche Macht gespürt. In der Hoffnung, dass die Helden, die ich danach habe, das noch reißen werden. Ich hoffe zumindest, also doch, ja, nee, ansonsten würde das keinen Sinn machen. Das heißt, das Schlauste, was ich machen könnte... Ich bin der wahre Erbe der Titanen. Klappe. So, dann ist der Plan jetzt sowieso schon zerstört. Das dunkle Feuer wird alles verzählen. Schade. Ich hätte gerne den links gehabt. Der ist zu wertvoll. Der kommt wieder. Der ist eigentlich zu wertvoll, um ihn zu töten. Deswegen greife ich damit an. So, 26 Schaden. Heißt, ich würde theoretisch überleben. Uh. Der kriegt jetzt immer... Uh, das ist eine krasse Kombo. Oh, danke. Danke. Rafham sagte mir, dass ihr Flehen bildet. So, zum Glück gab es den anderen noch nicht. So, und da ist die wieder. Und diesmal kann ich aber so hier machen. Und kann jetzt noch mal 14 Schaden ausrichten. Es gibt zwei, die nur eins haben. Ich töte vielleicht einfach noch mal eins vorher. In der Hoffnung. Aber der Links wird gleich richtig stark. Also eigentlich müsste ich den zuerst töten. So, mit Glück könnte ich jetzt alle von ihm töten. Die Frage ist nur, opfere ich die Karte und mache damit Schaden. Oder töte ich den da links. Rechts, meinte ich. Ja. Ah, schade. Hätte nicht die noch zweimal die angreifen können? Loli, warum macht man jetzt noch sowas? Spielt er noch im Verderben? Störbt jetzt an seinen eigenen Kreaturen zum Teil. So, ich habe einen neuen. Ich weiß jetzt leider nur nicht, was die vor Dings haben. Deswegen mache ich jetzt einfach von rechts weiter. Aber auf jeden Fall haben sie wieder 50 Leben. Wo soll ich einen Schaden füge? Dann nehme ich dem feindlichen Helden einen Schaden zu. Wenn ich dem feindlichen Helden einen Schaden füge, passiert das da. Und ich habe wieder ein neues Deck. Und ziehe vier Karten. Stina ist in einem Deck dabei und verleihe ihm Eifer. Das ist natürlich nett. Damit könnte ich den da töten. Oder mache ich lieber sowas? Auf die Kopie ist Stina dabei. Das ist ein Kampfschrei. Okay. Ich lasse mich nicht zu Geschäften mit Rapham herabend und dann erforschen zu scheitern. Ich glaube, das finde ich besser. Ich glaube, wenigstens eine Verteidigung. Sollte das nicht... Rapham, was ist mit unserer Abmachung? Die Abmachung steht. Entfesselt die Plagen und Uldum gehört euch, wenn ihr es halten könnt. Ich habe wofür ich gekommen bin. Viel Glück mit diesen Vorschau. Rapham! Er hat zwei Diener und kann mich in zwei Runden töten. Ich kriege gleich zehn Schaden, wenn ich das spiele. Eine Wüfe, fünf, fünf, herbei. Mit Eifer. Damit kann ich einen töten, wie zum Beispiel den da. Wenn ich das mache, kriege ich zehn Schaden, aber habe hoffentlich einen der mindestens fünf... Ach, das weiß ich halt nicht. Könnte alles im Deck sein. Ich könnte auch einen 1-1er kriegen. Ich glaube, da bin ich mit dem am sichersten. Der muss weg. Sieben Schrecken, 1-1 mit Eifer herbei. Eifer und Wiederkehr, machen wir doch den. Okay. Oh Mist, Lebensentzug ist nicht gut. Der muss weg. Ich hätte vorhin aber nicht gedacht, dass ich meine Hand behalte. Also auch diese beiden Zauber da. So, das nützt mir alles nichts. Deswegen experimentiere ich jetzt mal. Meine Hand ist voll. Oh geil. Das sieht doch eigentlich schön aus. Oh nein. Wissenschaftlich bewiesen. Knallkopf. Meine Hand ist voll. Das muss ein Wildtier sein. Eifer, Wiederkehr. Eifer. Scheiße. Achso, kann ja noch so machen. Er hat nur noch 25. Einen Diener auf eurer Hand plus 3. Das ist natürlich nicht so cool, aber er tötet sich ja auch gerade selber. So, es ist leider keiner ein Wildtier. Sonst hätte ich die jetzt schön verstärken können. Wenn er angreift, macht er 9. Und dann hat das nachdem er einen Diener angegriffen hat. Ach, nachdem er einen. Eifer, Wiederkehr. Er hat ein Zubi-Wildtier-Geheimnis und ein Zubi-Waffe der Jägerklasse auf die Hand. Ich bin der wahre Erle der Titanen. Eine Ratte. Halt, wenn ich jetzt mehr als zwei Mana ausgebe, dann tötet er mich ja schon. Das funktioniert nur bei einfacheren Blüten. Uh, okay. Achso, nur in seinem Zug. Eins, zwei, drei. Vier, fünf. Yes! Ich habe nur Anata, na gut, fast zwei Helden gebraucht. Und damit haben wir das fünfte Kapitel geschafft und einen neuen Kartenrücken freigeschaltet. Grabesruhe. Ihr habt die Gribe des Grauen überwunden. Feiert euren Sieg mit einem neuen Kartenrücken. Reiche Beute. Tekanus bezogen. Diese goldene Klassikpackung habt ihr euch redlich verdient. Gescheit! Felt gewettet! Verflext sind wir gut! Was meinte Tekan mit der letzten Plage? Und wohin ist Drafam geflohen? Dalaran ist weg! Fürwahr, meine Freunde. Mich düngt diese Martha ist noch nicht vorüber. Es geht weiter. Irgendwann. Da! Zeug! Ich will Zeug! So, dann wollen wir uns nochmal unsere Beute anschauen. Klar können wir das dann wieder auch noch auf dem schwierigen Modus nochmal. Siehe lebe ich! Hat zu Beginn eueres Zuges eine Chance von 50% einzuschlafen, nachdem ihr euch neulich schon gesehen habt. Und den hatten wir gerade ein paar Mal gespielt. Und zwar ist es eine Schurkenkarte. Stellt 15 Leben wieder her. Belohnung Auge des Obelisken. Ich finde es immer schade, dass man nicht sieht, was die Quest macht. Ich müsste jetzt erst mal auf den Forum gucken, um zu schauen. Fügt allen Dienern 5 Schaden zu und fügt dann allen Dienern 2 Schaden zu. Aha. Und jetzt. Meine goldene Legendäre und eine goldene Epiche wäre schön. Toll. Ist nur eine Settner dabei und das sind alles Karten, die ich schon ein paar Mal habe. Damit kann ich nicht viel Staub machen. Ich bin nicht viel Staub machen. Da, Gestalt habe ich alle schon zweimal. Aber gut, sind ja auch Klassik-Karten gewesen. Naja, fast 7500 Staub wieder, könnte ich mir demnächst mal wieder was holen. Oder meine Decks überarbeiten habe ich lange nicht mehr, aber die sind halt auch alle recht stark gewesen. Meine beiden Random Decks, mein Unevenpala, mein Mechjäger, mein Secret Mage, schon coole Decks. Na gut, wir sind erstmal durch mit dem Solo-Abenteuer. Dann danke fürs Zuschauen und die Kommentare und wir sehen uns zum nächsten Solo-Abenteuer wieder. Bis dahin! So, dann... So, dann...